Aber es ist so, irgendeine Schwan oder irgendwas, aber ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was es war und das ist wieder Schwerkraft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wahrscheinlich rede ich mich aus eurer Sicht um Kopf und Kragen, aber es ist so, es ist meine Meinung. Und es ärgert mich immer so ein bisschen. Das ist aber nur Wasser, das ist keine ätzende Flüssigkeit oder sowas. Ein Tritt schwerer Musik. Ach ja. Sie wird sich nicht öffnen lassen, bis die Schwerkraft wiederhergestellt ist. Das kannst du aber nicht, bis diese Steinbrocken da raus sind. Vielleicht kannst du sie mit deiner Chinese-Waffe in den Schwerkraftstahl befeuern. Ja, ja, also vier Anomalien müssen wir beseitigen. Oh je, mehr war auch so. Naja, das kommt doch alles, was soll's. Oh, nee, sorry, dich wollte ich nicht, Entschuldigung. Tada, Anomalie Nummer 1. Ähm, wie war das jetzt? Kommen jetzt hier Wellen? Oder? Ich weiß das nicht so genau. Ja, komm. Da ist noch einer. Rechts vor mir, ich hören. Aber wo? Wo bist du? Wo? Da! Und da rechts kommt auch noch einer. Da. Wow, ihr seid echt mies. Wenn ich das mal so sagen darf. Und Fingernägel müsst ihr euch auch mal wieder schneiden. Wenn ich das mal so sagen darf. Nee, du darfst alles sagen, aber nicht sowas. Sie flippt gerade wieder ein bisschen aus. Ich dreh frei. Boah, hau weg den. Scheiß. So. Die nächste Anomalie. Wo kommt jetzt die nächste Welle? Ich weiß das gar nicht mehr. Das klingt schon so, ne? Oh, nee. Nicht die scheiß Vieche. Also, die mag ich halt gar nicht, ne? Wo? 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 Wo bist du? Scheiß Vieh. Wo ist der denn? Da oben ist das Mistvieh. Na, warte. Du Scheißteil. Ha. Ich dreh mich immer so vom Bildschirm weg. Bah. Uh. So. Jetzt müssen wir da rüber. Und wo ist die andere? Gute Frage, ne? Und wir können ja auch nicht so runter. Und ich wage zu bezweifeln, dass wir da etwas so rüber sollten. Okay, dann, ähm. Ähm. Mal eben da hin. Mal durch den Strahlen möchte ich nicht. Ach, da ist noch. Oh, noch einer. Alles klar. Können wir den so? Ja, können wir. Na, komm her. So. Okay. Na, wo bleibt die nächste Welle? Credits? Credits. Okay. Jetzt doch nicht mehr? Oder soll ich mich nur in falscher Sicherheit wiegen? Kommen wir da an? Ja, ne, dafür reicht die Dingsbums. Jetzt schon wieder nicht mal die Chinese. Die Reichweite nicht. Dann hätten wir dies gelüssen. Aber das Bröckchen kriegen wir auch so weg. Das Bröckchen. Das klingt nach was ganz anderem. Och, Manu. Komm her, du Klotz. Oh, warte. So. Kriegen wir es da durch? Ja, kriegen wir. Stehen wir nur ein bisschen scheiße, ne? Wenn wir jetzt hier Gegner kriegen. Da ist noch eine Kiste. Sag mal, das glaube ich jetzt doch wohl nicht, oder? Jetzt haben wir hier den glühenden Fels. Oh, wow. Isaac, es gibt Schäden. Das sage ich dir. Der verbrennt sogar schon. Aha, jetzt. Aber machen wir uns nichts vor. Isaac, Familie ist sowieso nicht mehr. Oh Gott, ich bin total. So, erst mal mal wieder orientieren. Pass auf. Da kommen wir, ne? Da drüben ist es. Gut. Da war auch irgendwo noch eine Kiste, aber da habe ich jetzt irgendwie keinen Nerv drauf. Und das können wir natürlich nicht. Ist zu schräg. Nee, nee. Jetzt vielleicht? Tada. So. Ja, 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 ja. Jetzt kommt's, ne? Aha. Oh nein, das war ja ganz geschickt. Das war ganz geschickt. Toll gemacht. Wow. Scheiße. Und das Vieh ist auch noch nicht tot. Versuch mal. Au. Wow. Alter. Und von rechts kommt auch wieder einer. Toll. Schick da noch ein paar mehr. Was übrigens immer noch ein Scherz ist. Hm. Wow. 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 Habe ich schon wow gesagt? Oh, Isaac, sorry. Da. Nimm einen Schluck. Komm ich dran? Nee, komm ich nicht. Okay. Was soll's. Also siehst du, jetzt wollte ich schon wieder mit Alt-Strahl-Munition. Nicht doof, oder was? Ich wollte schon wieder mit Alt-Gradelaufen. So, was haben wir hier? Ein kleines Medipack. So. Was sollen wir jetzt überhaupt machen? Dahin. Aber da drüben war auch noch was, ne? Nein. Was machst du? Was mach ich? Ach, verwirrt. Na, 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 na. Energiesperre. Ich glaub, das lohnt sich nicht. Kann das sein? Ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich hab das das letzte Mal, glaub ich, gemacht und war sehr enttäuscht. Was liegt denn hier? Man kann das von hier aus, glaub ich, erkennen. Äh. Moment. Natürlich geht das nicht, ne? Ich kann da direkt durchgucken, aber das geht natürlich nicht. Du kannst doch das Spiel nicht einfach aus Plasma-Dingsbumsens, Medipack-Mittel. Und da war, glaub ich, auch nichts Tolles drin. Dafür lohnt der Energieknoten nicht. Und ich hatte ja auch eigentlich für mich festgelegt, das nicht zu machen. So. Blub, 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 blub. Okay. Ähm. Den Raum kenn ich. Äh, mein, klar kenn ich den. Ich war ja hier schon einmal. Heavenly Body. Okay, so nice. Ja, man weiß das schon. Ähm. Hallo? Ach so, das sind Ripper-Klingen. Was haben wir hier? Energie, Energiekanone. Brauchen wir sowieso nicht. Jetzt müssen wir auch hier lang. Ja. Ja, öffnen. Ah. Energieknoten. Ganz ehrlich, den haben wir uns aber jetzt auch verdient. Oder müssen wir uns denn jetzt auch verdienen? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Das ist so verwirrend hier, ey. Total verwirrend. Wow. Oh, Spiel. Du bist... Bitch. Mal ehrlich, spiel, du bist echt mies. Gott, ich sitze hier voll zusammengekauert, ey. Vom PC. So, genau. Da kam auch ich sprich her, ne? Ah, jesus. Und ich will auch so schnell jetzt sein. Ich will das doch zu Ende kriegen hier. Bitte recyceln Sie regelmäßig nicht benutzte Materialien. Vielen Dank. Gerne doch. Ich trenne den Müll zu Hause. Was tut ihr? Jetzt müssen wir wieder in den Fahrstuhl zurück, ne? Oh! Scheißwee! Scheißwee! Das war es doch nicht, oder? Komm. Spiel, ich kenne dich doch. Was hast du jetzt noch für perfide Schreckmomente? Oh Gott. Jetzt hängt das Ding auch noch an meinen Füßen. Oh, warte, 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 warte. Wir haben was vergessen. Da dürfte mir jetzt auch nicht böse sein, weil wir ja jetzt einen weiter runterfahren. Oh, die hängen immer eins. Die kleben immer so an den Füßen. Dann müssen wir ihm einmal abspeichern. Weil den ganzen Kram nochmal... Ne. Ne. Ne, Kleine, wie heißt du denn? Ne. Oh Gott. Sie rastet aus. Sie rastet aus. Ja. Juhu. Das ist das Spiel. Dieses Spiel macht das mit mir. Abbau können wir immer noch nicht an. Also müssen wir jetzt in die Wartung. Bitte warten. Sie werden verbunden. Bitte warten. Warten. Hallo. Ventilationsöffnung. Irgendeine ist direkt... Oh, direkt rechts an meinem Ohr. Ich weiß noch nicht, ob ihr das... Na, das ist wahrscheinlich untypisch, aber... Ähm... Ich war mal in Disney World in Florida und da gibt es den Alien-Encounter. Zumindest gab es den damals mal. Ähm... Jetzt muss man eben kurz hier stehen bleiben, weil ich glaube, was hier passiert. Ähm... Und da sitzt man ganz im Dunkeln, eingefärcht in seinen Sitz. Natürlich mit hunderten anderen Leuten, aber man sitzt da und da kommt so eine Show und der Sitz ist so ausgerichtet, dass du einen Windzug, also einen Pusten im Nacken spürst, wenn das Viech hinter dir ist und du hörst die Geräusche auf dem Ohr. Ja, also das ist echt übel und du kannst da nicht weg. Aha. Was war das jetzt? Da kommt da noch einer. Da kommt doch noch einer. Ja, ja. Oh, nee. Die, 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 dich! Nein! 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 Scheiße! 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 Komm her! Ich habe keine... Oh Gott. Ich habe keine Dingsbums mehr. Na toll. Okay, jetzt bist du dran, Plasma-Cutter. Das war ja jetzt ganz toll. Ich habe keine Plasma-Energie mehr. Habe ich jetzt... Ich meinte Ripper. Ähm, Interstellar-Sport. Okay. Brüste-Magazin. Teamwork improves safety. Tja, wenn die mal alle hier im Team arbeiten würden, ne? Kendra, Hammond. Och, nö, komm. Dann schmeiße ich aber was anderes jetzt weg. Hier, die Impulsprojektile. Oder nee, hier, warte mal. Nee, nee, nee. Hier, die kann ich wegschmeißen. Entfernen. E-Wie entfernen. Drücken Sie E-Wie entfernen. Plasma-Moment. Wieso geht denn das nicht? Verdammt. Hä? Ach so, warte mal. Geht das? Ja, geht. Jetzt habe ich es verstanden. Alles klar. Danke. Wir spielen ja schon nur die Hälfte des Spiels. Und ich habe es jetzt erst verstanden. Schön. Audio-Lock. Ja, das können wir aber abbrechen. Das sind sowieso alles Irre hier. Und was haben wir hier? Rippercling. Können wir mal eben Stase-Pack benutzen. Wir haben ja jetzt so viele. Und dann nehmen wir das andere. Können wir nämlich dann gleich mitnehmen wieder, vorsichtshalber. Und wegschmeißen können wir immer noch. Jetzt zum Beispiel. Ach, scheiße, Mensch. Spiel. Manchmal kannst du nerven. Habe ich das schon erwähnt? So. Hey, komm. Ich habe dir gerade ein Medipack verpasst. Och, nee. Scheiße. Und das soll ich jetzt ohne Plasma-Energie machen? Das könnt ihr knicken. Och, Kacke. Sorry. Aber ich glaube, es ist besser so. Ähm. Scheiße. Das soll ich jetzt echt ohne Plasma-Energie machen? Das wird lustig. Das wird echt lustig. Die Fahrt hier. Okay. Mal gucken, Spiel. Ja gut, es soll ja auch ne Herausforderung sein, ne? Es soll ja eine Herausforderung sein. Sagen wir's mal so. Scheiße. Scheiße. Aber wer will denn so ne Herausforderung haben? Ja gut. Ja gut. Ja.